Guten Tag, Frau Tröbs. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Herr Schmid, der Geschäftsführer unseres Unternehmens. Guten Tag, Herr Schmid. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Bevor wir beginnen, würde ich Ihnen gerne einige Informationen über unser Unternehmen und die Stelle der Bürokauffrau geben. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen in der Branche und legen großen Wert auf eine positive Arbeitsumgebung und eine offene Kommunikation. Als Bürokauffrau wären Sie für die Verwaltung und Organisation der täglichen Büroaufgaben verantwortlich. Wir sind sehr interessiert an Ihrer Bewerbung für die Position der Bürokauffrau. Könnten Sie uns bitte ein wenig mehr über Ihre bisherigen Erfahrungen und Qualifikationen in diesem Bereich erzählen? Ja, natürlich. Ich habe bereits einige Jahre Erfahrung als Bürokauffrau in verschiedenen Unternehmen gesammelt. Meine Aufgaben umfassten unter anderem die Organisation von Terminen, das Erstellen von Dokumenten und Berichten sowie die Bearbeitung von E-Mails und Telefonanrufen. Das klingt vielversprechend. Können Sie uns auch etwas über Ihre Fähigkeiten im Umgang mit gängiger Bürosoftware wie Microsoft Office erzählen? Ja, ich bin sehr versiert im Umgang mit den Programmen von Microsoft Office wie Word, Excel und PowerPoint. Ich habe auch Erfahrung in der Arbeit mit Buchhaltungssoftware wie Dativ. Das ist sehr gut zu hören. In unserem Unternehmen legen wir viel Wert auf eine effiziente und strukturierte Arbeitsweise. Wie gehen Sie mit hohem Arbeitsaufkommen und engen Deadlines um? Ich bin sehr organisiert und strukturiert in meiner Arbeitsweise und priorisiere Aufgaben entsprechend ihrer Dringlichkeit. Bei hohem Arbeitsaufkommen behalte ich immer den Überblick und arbeite auch unter Druck sehr konzentriert. Das hört sich sehr gut an. Wie würden Sie sich selbst als Teamplayer beschreiben? Wie gehen Sie mit der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen um? Ich bin sehr kommunikativ und offen für Zusammenarbeit mit anderen. Ich glaube, dass Teamwork eine wichtige Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens ist. Ich versuche immer, konstruktive Beiträge zu leisten und zu einem positiven Arbeitsumfeld beizutragen. Das sind sehr positive Eigenschaften. Wie würden Sie sich auf lange Sicht in unserem Unternehmen sehen und welche Ziele haben Sie für Ihre Karriere? Ich sehe mich langfristig in diesem Unternehmen und würde gerne meine Fähigkeiten weiterentwickeln und mich in meiner Karriere vorantreiben. Ich denke, dass ich in diesem Unternehmen eine gute Basis für meine berufliche Zukunft habe. Vielen Dank, Frau Tröbs, für Ihre Antworten und Ihre Zeit. Wir werden Ihre Bewerbung sorgfältig prüfen und uns bald wieder bei Ihnen melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Bevor wir das Vorstellungsgespräch abschließen, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, uns weitere Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern. Gibt es etwas, das Sie noch gerne wissen oder ansprechen möchten? Ja, ich hätte noch eine Frage. Wie sieht denn das Arbeitsumfeld in Ihrem Unternehmen aus? Gibt es Möglichkeiten für Weiterbildung und persönliche Entwicklung? Ja, wir legen großen Wert auf die Weiterbildung und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bieten regelmäßig Schulungen und Trainings an, um unsere Angestellten auf dem neuesten Stand der Entwicklungen in der Branche zu halten und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Auch haben wir eine offene Kommunikationskultur und unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Verwirklichung ihrer Karriereziele. Das klingt sehr gut. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, würde ich das Vorstellungsgespräch hiermit abschließen. Wir werden uns bald bei Ihnen melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und Ihrer Bewerbung. Vielen Dank, Herr Schmidt, für das angenehme Gespräch und die Gelegenheit, mich vorzustellen. Ich freue mich auf eine mögliche Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Team. Wir werden uns bald wieder bei Ihnen melden. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihnen auch alles Gute. Guten Tag, Frau Wenzel. Schön, Sie kennenzulernen. Guten Tag, Frau Lennert. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Können Sie uns etwas über Ihre Ausbildung und Erfahrung als Frauenärztin erzählen? Ja, natürlich. Ich habe mein Medizinstudium an der Universität Heidelberg abgeschlossen und anschließend eine Facharztausbildung für Gynäkologie und Geburtshilfe absolviert. Danach habe ich in verschiedenen Kliniken und Praxen gearbeitet und mich auf die Bereiche Schwangerschaftsbetreuung, Krebsvorsorge und Verhütung spezialisiert. Das klingt sehr beeindruckend. Was sind denn Ihre Stärken als Frauenärztin? Ich denke, meine Stärken liegen vor allem in meiner empathischen und einfühlsarmen Art im Umgang mit meinen Patientinnen. Ich versuche, ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche stets im Blick zu behalten und ihnen eine möglichst angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Gleichzeitig lege ich aber auch großen Wert auf eine präzise Diagnostik und eine fachlich kompetente Beratung. Das hört sich sehr gut an. Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit unserem Team vor? Ich denke, dass eine gute Zusammenarbeit auf einer offenen und vertrauensvollen Kommunikation basiert. Mir ist es wichtig, mich aktiv in das Team einzubringen und gemeinsam mit den anderen Ärzten und dem Praxispersonal an einer bestmöglichen Versorgung unserer Patientinnen zu arbeiten. Natürlich bringe ich auch gerne meine eigenen Ideen und Erfahrungen mit ein und bin offen für neue Anregungen. Das klingt ausgezeichnet. Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten? Ich möchte mich nochmals für die Gelegenheit bedanken, mich vorstellen zu dürfen. Ich bin sehr motiviert und freue mich darauf, bei Ihnen als Frauenärztin zu arbeiten und meinen Beitrag zu einer guten Versorgung der Patientinnen zu leisten. Vielen Dank, Frau Wenzel. Wir werden uns zeitnah bei Ihnen melden und Ihnen eine Rückmeldung geben. Vielen Dank, ich freue mich darauf. Wenn Sie in der Zwischenzeit weitere Fragen oder Anliegen haben sollten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Das ist sehr nett von Ihnen, vielen Dank. Wir werden uns nun noch mit den anderen Bewerberinnen befassen und uns dann bald entscheiden. Verstehe, das ist vollkommen in Ordnung. Ich danke Ihnen nochmals für die Möglichkeit, mich vorstellen zu dürfen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ebenfalls einen schönen Tag und alles Gute für Sie, Frau Wenzel. Wir werden uns bald bei Ihnen melden. Ebenfalls einen schönen Tag und alles Gute für Sie.